Endlich ist die Zeit der Heißgetränke und Kuscheldecken angebrochen. Aber vor allem kann man sich jetzt ohne schlechtes Gewissen in sein Zimmer verziehen und Animes gucken. Das allerbeste ist aber, dass ihr nicht einmal darüber nachdenken müsst, was ihr überhaupt guckt. Das machen wir nämlich für euch! Denn in diesem Video stellen wir euch wie gewohnt unsere Favoriten der letzten Season vor. Let's go! Das Historical-Genre wirkt manchmal wie ein etwas seltsamer Fremdkörper in der modernen Anime-Landschaft. So bildeten Samurai-Filme in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts förmlich die Achse der japanischen Live-Action-Filmproduktion, wodurch es kein Wunder ist, dass sich selbst heutzutage in Anime bei der Präsentation japanischer Geschichte noch immer jener ikonischer Bildsprache bedient wird. Ein lustiger Nebeneffekt dieses Umstands ist, dass es nun umso auffälliger und interessanter ist, wenn sich ein historical Werk mal für eine andere stilistische Richtung entscheidet. The Illusive Samurai ist ein Anime, der sich nicht weniger um jene Tradition scheren könnte. Zwar versucht sich das Werk, das auf einem gleichnamigen Manga von Assassination Classroom-Autor Yusei Matsui basiert, zwar durchaus an der Adaption einer somewhat realen Geschichte, nämlich die der Kemu-Restauration zwischen 1333 und 1336, überzeichnet sie jedoch mit allerlei spielerischen und teils sogar übersinnlichen Elementen und bettelt sie somit in das Gewand eines modernen Schonen. Die Serie folgt dabei dem ebenso realen Tokiyuki Hojo, der als kommender Shiken eigentlich der de facto Herrscher des Kamakura-Shogunats hätte werden sollen, sich nach dessen Stürzung durch Anhänger des Emperors Godaigo und damit zusammenhängenden Tod seiner Familie jedoch eher in der Rolle des Flüchtlings fand. Unter dem Schutz des Yorishi Gesuwa, der sich noch immer als loyaler Retainer der Hojo-Familie sah, baute er eine neue Armee auf, immer mit dem Ziel vor Augen, nach Kamakura zurückzukehren und seinen Thron zurückzuholen. Soweit die Geschichte, die auch im Anime als Basisstruktur für die Handlung agiert. In der Praxis resultiert dies in eine Art Abenteuer-Story, in der der junge Tokiyuki begleitet von seinen ähnlich jungen Retainern durch die Lande zieht und diverse Abenteuer erlebt. Der Fokus liegt hierbei vor allem auf der Charakterentwicklung des Tokiyuki, der zum ersten Mal in seinem Leben wirkliche Verantwortung zeigen muss und im Rahmen dessen etwas mit seinem Selbstwertgefühl struggelt. Bei der Darstellung jener Emotionen schwankt das Werk tonal ziemlich stark zwischen dem bereits aus Assassination Classroom bekannten Shonen-Stil und überraschend brutalen Sequenzen sowohl emotional als auch visuell. Generell muss man sagen, dass der Humor in The Elusive Samurai nicht jedem gefallen wird. Er ist sehr aggressiv und teils recht speziell und das definitiv nicht im guten Sinne. Und auch generell schwankt die Qualität des Writings recht stark, wobei die charmanten Charaktere sowie auch die Action dafür sorgen, dass dies, at least für mich, nicht allzu sehr ins Gewicht fällt. Der Unterhaltungsfaktor war trotzdem Woche für Woche gegeben, was unter anderem an der Production des Werkes liegt. So hat der Anime mit Ausnahme der gemäldeartigen, sehr zweidimensional anmutenden Backgrounds kaum wirklich einen einheitlichen Stil vorzuweisen, aber das ist actually eine Stärke. The Elusive Samurai ist eine äußerst verspielte Production, die wild zwischen cleanen Sequenzen mit Heavy-Smear-Usage, hyperstilistischen Effekt-Shots und insgesamt doch noch recht gelungener 3D-Nutzung hin und her schwankt. Und das teilweise in denselben Szenen. Man ist durchweg gespannt, was das Werk als nächstes auffährt und sowas wollen wir doch von unseren Animes, oder? The Elusive Samurai erhält deshalb von mir eine klare Schauempfehlung. Kommen wir nun zum Wetter. Es regnet Bösewichte, ein Haufen Schurken versuchen Japan unter ihre Kontrolle zu bringen und die Einzigen, die sie nun aufhalten können, ist ein Haufen Teenager, Lehrer und halt einfach allgemein Helden. Ja, bringen sie sich in Sicherheit, verstecken sie sich unter ihren Tischen, jetzt geht es ab. My Hero Academia steuert nämlich nun auf sein klorreiches Finale zu, das zwar von Manga-LeserInnen gehasst wird, aber bis es soweit ist im Anime, haben wir es noch mit sehr viel Hype und spannungsgeladenen Kämpfen zu tun. Mit der 7. Staffel beginnt nun der Anfang vom Ende und adaptiert die erste Hälfte des finalen Arcs. Ab der ersten Sekunde an wird auch nicht lange um den heißen Brei herum geredet. Amerikas Number One Hyos kurzer Auftritt gegen Shigaraki baut bereits eine gewaltige Spannung auf, die zu keinem Zeitpunkt nachlässt. In jeder Folge wird gekämpft oder baut Charaktermomente auf, die sofort das Blatt zugunsten einer der beiden kämpfenden Seiten wenden könnte. Es kann einfach nicht langweilig werden. Storystränge, die vor Jahren angefangen wurden, aufzubauen, finden hier nun ein Ende. Endevers feurige Familienproblematiken mit Dabi, Spinners Aufschrei gegen Diskriminierung und ein neuer Stay zu werden oder auch Togas Obsession mit ihrer eigenen Definition von Liebe. All dies findet hier einen erstmaligen Konklusionspunkt. Dabei erhalten auch neben Charaktere, die zuvor genauso viele Auftritte hatten wie meine Gehirnzellen in sämtlichen Anime-Files-Ausgaben, zweimal wenn es hochkommt, nun auch mehr Screentime und das in gar nicht mal so unwichtigen Thematiken. Das Diskriminierungsthema, was ich vorhin erwähnt habe, kam dabei überraschend und bringt es prägnant auf den Punkt. Nur wegen dem Aussehen oder einzelnen Fällen mehrere tausende Menschen in die Ecke zu schieben ist nicht cool einfach. Dabei ist Mario Academia nicht mehr subtil, wenn es um seine politischen Themen geht, sondern deutlich direkter. Klar, nicht alles erhält gleich viel Liebe oder Aufmerksamkeit aufgrund des schnellen Pacings. Insbesondere auch bei den Animationen merkt man wieder einmal, dass deren Hauptfokus weiterhin bei den Filmen liegt. Aber letztlich ist es am Ende des Tages weiterhin Mario Academia und damit noch immer einer der besten Schauenden, die man aktuell schauen kann. Selbst nach all der Zeit wird die abgeliefert und jeder Folge gelingt das Hype auf die nächste Woche zu generieren. Ich bin gespannt, wie das alles sein Ende finden wird und dann werden wir sehen, ob es wirklich so schlecht ist, wie es viele so darstellen. Aber jetzt wird es mal Zeit für etwas weniger Spannung. Oder eine andere Form von Spannung, sagen wir es mal so. Stammt euch also nun nach all dem Adrenalin-Kick, den ihr mit My Hero Academia haben werdet, ein kühles Bier wie die Protagonistin vom nächsten Werk. Wenn ihr euch nun euer kühles Bier gezischt habt, ist es nun der Zeit, euren Lieblings-Vtuber-Channel eurer Wahl aufzumachen und abzuschalten. Das war auch der Plan der V-Tuberin Awa Yuki Kokorone, nachdem ihr eigener Stream eher mild ausgefallen ist. Doof nur, wenn man dabei vergisst, seinen Stream wirklich auszuschalten und der ganzen Welt sein Alkoholgetränktes und vulgäres Ich zeigt und dadurch plötzlich jeder weiß, wie man drauf ist. Das ist der Start von VTuber-Legend How I Went Viral After Forgetting To Turn Off My Stream. Wie der Titel bereits erahnen lässt, wirkt sich dieser Fall aber nicht negativ für Awa Yuki aus. Im Gegenteil, sie wird mit einem Schlag zu einer der bekanntesten VTuberin ihrer Agentur. Also machen wir das Beste aus der Situation und fangen an, auch im Stream das Bier wegzukippen. Bevor aber die Leute abschalten, die mit VTubern nichts anfangen können, hört mir zu. Normalerweise habe ich mit VTubern auch nicht viel am Hut. Wieso stelle ich ihn euch also dennoch vor? Nun, wie in der letzten Season auch schon mit dem Voice Actor Radio, wollte ich eigentlich reinschauen, um ein bisschen Hintergrundinfos zu dem VTuberjob zu bekommen. Ich konnte ja nicht ahnen, dass sich das Werk als ein Comedy-Meisterwerk herausstellt. Ich hatte jede Folge was zu lachen, sei es durch die vulgären Kommentare der Charaktere, die stumpfen Flachwitze oder die Anspielungen bzw. Parodien von bekannten Spielen und Anime. Der Anime versucht ja nicht mal zu vertuschen, auf was sie gerade anspielen. Getting Over It, Highschool DxD, Ace Attorney, Wehrwölfe, was Basically Among Us ist und viele weitere. Man wird regelrecht mit Jokes bombardiert und kann sich dabei vor Lachen in den Stuhl werfen. Zugegebenermaßen hat das Werk nicht viel Tiefe. Es werden zwar auch ein paar Themen wie Depressionen, nicht vorhandene Zugehörigkeit in die Gesellschaft und das Aufziehen einer Maske, wie es die meisten in der Gesellschaft tun bzw. tun müssen, angeschnitten. Aber es wird nicht weniger mit der Thematik selbst auseinandergesetzt, sondern dient eher dazu, die Charaktere besser zu verstehen. Aber da dies ein Comedy-Anime ist und kein politisches Drama, ist das auch völlig in Ordnung. Mir ist klar, dass ihr da andere Comedy-Vorlieben habt. Aber wenn ihr Comedy nicht abgeneigt seid, solltet ihr VTuber-Legend definitiv eine Chance geben. Ein viraler Hit werden, weil man sich im Stream betrunken hat? Davon kann Masaaki nur träumen. Denn nachdem sie ihrer Kollegin während eines Livestreams saftig die Fresse poliert hat, ist sie nun Persona non grata im gesamten Internet. Fast schon wäre es das gewesen mit ihrer Newtube-Karriere, da trifft sie auf die Vampirin Liwen. Die meisten wären von diesen Kreaturen der Nacht wahrscheinlich in Angst und Schrecken versetzt. Nicht doch aber Masaaki. Die spürt vor allem Potenzial. Potenzial für Klicks. Und so beschließt sie, Business-Genius wie sie ist, ein Deal mit der Vampirin. Livi und ihre geflügelten Freunde stellen sich vor die Kamera und Masaaki regelt den Channel hinter den Kulissen. Und wenn sie eine Million Subs erreichen, darf Livi ihr das Blut bis auf die Knochen aussaugen. Was kann da schon schief gehen? Naja, zum Beispiel die furchterregende Materialin der Vampirgesellschaft, die gar kein Fan davon ist, wenn Livi und Co. ihre eigentlich geheimen Kräfte auf die größte Videoplattform der Welt hochladen. Doch seien wir mal ehrlich, der eigentliche Antagonist sind Internet-Trolle. Denn seit ihrem Will-Smith-Moment ist Masaaki, wie sagt man so schön, gecancelt und traut sich nicht mehr vor die Kamera. Zu groß die Angst vor der Flut an Hass-Kommentaren, die einfach nicht aufhören will. Aber dieses Unglück ist auch nicht ganz ungerechtfertigt, denn Masaaki ist durchaus ein Arschloch zu ihren Freunden und ihrer Familie. Das Interessante an Mayonaka-Punch ist allerdings, dass die Protagonistin sich nicht einfach nur über den Verlauf der Serie als Mensch verbessern muss und dann ist am Ende alles wieder tutti. Nein, sie muss auch lernen, aus der Negativ-Spirale des Internets komplett auszubrechen. Manch einer nutzt dessen Anonymität, um dir jahrelang Beleidigung nach Beleidigung an den Kopf zu werfen, nur um dir dann im Real Life plötzlich zu sagen, sie werden dein größter Fan. Manche Leute sind einfach nur auf Drama aus und manche Kommentare kann man getrost ignorieren. Und obwohl ich niemandem empfehle, seine Homies zu verprügeln, können wir also trotzdem etwas von Masaaki lernen. In der Winter Season 2023 habe ich ja darüber geredet, wie Nier Automata Version 1.1a das Potenzial hätte, eine der besten Anime-Videospiel-Aller-Optionen zu werden. Und jetzt, wo das Ende über meine Eugnanz drüber kullern konnte, bin ich nun weiser geworden und kann euch eines mitteilen, mein Vergangenheit hatte sowas von rechts. Nier Automata Version 1.1a, was noch immer ein eigenartiger Titel ist, aber okay, gelingt es, die Kernaspekte des Originalwerkes einzufangen und gleichzeitig etwas Eigenes daraus zu erschaffen. Wir haben es hier noch immer mit einer äußerst emotionalen Geschichte über die Menschlichkeit zu tun, der Frage, wieso wir überhaupt leben bzw. was uns jeden Tag aufs Neue motiviert, aufzustehen und den Tag zu bestreiten. Es ist eine Auseinandersetzung mit der Realität. Was passiert aus uns, wenn einfach nichts so läuft, wie wir es uns vorstellen? Wenn wir alles, was wir uns über mehrere Jahre hinweg, wenn nicht sogar Jahrzehnte, aufgebaut haben, innerhalb von wenigen Sekunden verlieren? Wenn Familie oder Freunde von uns gehen? Oder wenn wir uns von der Gesellschaft ausgeschlossen fühlen? Was passiert aus uns, wenn wir mit diesen Situationen nicht klarkommen können? Emotionen entscheiden letztlich unsere Taten und je nachdem, welche in solchen Momenten aufkommen, kann jeder von uns in komplett unterschiedliche Richtungen abdriften. Wir können einem Kult beitreten, dessen Religion darin besteht, sich selbst zu töten, in der Hoffnung als Gott wiedergeboren zu werden. Oder wir werden von Hass erfüllt und sehen nur noch das Schlimmste von der Welt. Wie wir mit der brutalen und teilweise mega beschissenen Realität umgehen, wird uns als Mensch definieren. In den 24 durchgehend gut animierten Folgen setzt sich der Anime mit alledem und vielem mehr auseinander. Es gelingt, die philosophischen Fragen eines Nietzsche zur Menschlichkeit aufzugreifen und in ein neues Korsett zu transportieren. Aber logischerweise nicht im selben Ausmaße, wie es im Videospiel der Fall war, aufgrund dem Medium und dem damit teilweise fehlenden Side-Content. Dadurch können nicht Kenner vom originalen Nier-Automater die Geschichte erleben und Kenner können sich überraschen lassen. Wie es nämlich zu den wichtigsten Momenten der Geschichte kommt, ist manchmal stark abgeändert und auch ganze Charaktere erfüllen eine andere Rolle, als sie es noch im Videospiel tun. Die dabei erzählende Story ist zwar identisch mitsamt den Thematiken, aber es fühlt sich dennoch schon fast an wie ein zweiter Spieldurchgang. Vor allem, wenn man dann noch zu den letzten 20 Sekunden kommt. Jeder Yoko Taro-Fan wird dabei feucht aufspritzen, als würde gerade ein neues Tragen-Guard-Game angekündigt worden sein. Der Anime Nier Automata Version 1.1a ist das Kamesin zu Pupu-Version des Spiels Nier Automata. Schaut also den Anime an und wenn er euch in irgendeiner Form zum Nachdenken bringt oder ihr eine Träne vergießt, dann holt auch gleich das Spiel nach. Es ist nämlich auf jeder Plattform verfügbar. Keine Ausreden mehr, schaut und spielt es. IT Out diesmal wirklich. Das war doch eine coole kleine Auswahl an Animes. Welchen fandet ihr am besten? Und welche haben wir vergessen? Und was ist euer liebstes Heißgetränk? Meins ist schwarzer Tee. Schreibt es uns gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.